Hey Leute und willkommen zurück zu Shenmue 3. Ja genau, also wir müssen immer noch herausfinden, was wir hier mal machen müssen. Danke, Mei-Yoh. Nein, ich bin... Sie ging zur grünen Brücke, sie hieß zum Tau Get Laden. Ja, ich muss leider so langsam laufen, weil... Weil so arsch langsam ist, laufe ich überhaupt richtig, oh Gott. Doch, ich glaube das ist der Laden. Ja, Tau Get's da. Das ist ein Gasson. Ja, ich weiß, was ich gehört. Du bist ein Freund von Shenmue, oder? Ich bin Hezuki. Oh, du bist so stark, oder? Ja, du bist so junger, oder? Du bist so junger, oder? Du bist so junger, oder? Sole Heilter singet. Ja, du bist so eben oben. Du bist so junger, als Erdenos zu shoel, oder? Du bist so junger, oder? Du bist so junger! Du bist ja gut un Norbert zu Au Miriam! Arbeit? Das finde ich doch gut. Hier kann man Holzhacken. Jetzt. Ja, Geld ist sowieso ganz wichtig. Ähm, da hab ich halt keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, naja, das wird mir ja was. Warte, kann ich's hier nachgucken, Help. Triff genau mittig, verdiene mehr Yuan. Okay, also X. Oh, er bewegt sich automatisch das so. Okay. No. 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 So. Yes. So. 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 Geht doch eigentlich voll klar. Man kann nochmal, äh, mach ich nochmal. Die Mainquest kann ich mal ein bisschen warten. Ich hack hier Holz. Die kleinen sind richtig schlimm. Das ist ja schade, dass man bei Lucky Heat nicht mehr Geld verdienen kann, sonst würde ich das machen. Dann habe ich echt viel mal eingebracht in Shenmue 2, weil das ist nur halt Holzhacken. Es macht auch Spaß, aber du verdienst halt deutlich weniger. Hm, ich wollte gerade noch was suchen. Man verdient aber doch echt ordentlich, ne? Also es ist echt gut. So kann man auf jeden Fall Geld verdienen. Jetzt sagen wir mal, dass wir die Hauptspeise weiter. Ja, und ich werde auch wieder zur Arbeit zurückkehren. Ja, aber ich werde die Hauptspeise wieder zurückkehren. Ich werde so sehr頂ig sein, weil es so sehr頂ig sein kann. Was sind die Leute? Ich möchte das hier. Ich habe mich gefragt, wo ich mich für die Hauptspeise bin. Ich habe mich nicht gesehen, aber ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich für die Hauptspeise. Ich habe das Gefühl, dass ich mich für die Hauptspeise bin. Ja, ich habe mich für die Hauptspeise. Die Gauner stimmten rein, aber wurden von Shirin vertrieben. Ähm, der wird wahrscheinlich vorne da sein. Das ist eine doofe Ausdauer, das kotzt mich an. Wie viel Essen habe ich denn überhaupt noch? Das ist eigentlich zum... Ah, das ist falsch. Das hier ist der richtige, ne? Ich habe an sich schon noch etwas zu essen, aber ich will halt mein Ding nicht verschwenden. Nur fürs Rennen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ah-haa. Naja... Oh, das ist noch das Kung-Fu, oder? Das können wir theoretisch auch noch machen. Dann können wir hier auch noch ein bisschen das abreden. Was? Das war eigentlich nicht mal mein Plan. Ähm... Achso, ich muss... Ah! Achso, ich muss quasi hier immer nach unten machen, okay. Das heißt, er geht automatisch hoch. Aber ich muss ihn immer runter halten. Ja, er umläuft auf die Zeit ab. Meine Ausdauer hat sich verbessert, je mehr in deiner LP, desto mehr hast du vom Training. Ähm, nicht jetzt. Ich will erst mal das Kung Fu machen. Entschuldigung. Hm, das ist ein Klingel. Hm, das ist doch kein Klingel. Na dann, was ich Reviews Sander? Oder ist er es in den Triumph? Was sind wir? Gycle ist ein Klingel. Anstrengung wird. Der Ball ist ein Klingel. Ich habe ihn im Mut. Ich weiß nicht, du soll ich wel, was er? Was ist das? brothers, ich habe ihn vor, Schmieren zu finden. Zurück aber im Klingel. Das ist ein Spiel, oder? Das ist gut. In der aktuellen Kraft, Benitra ist ein guter Mann. Ich habe ihn! Was? Das ist das Wichtigste! Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Danke. Vielen Dank. Wenn ich mich nicht befreundet habe, dann kann ich mich nur aufwarten. Welches Level bin ich jetzt? Nein, hey. Wie hier? Oh! Entschuldigung. Hm, das ist ein Wichtigste, oder? Okay, Sanda? Das ist ein Wichtigste. Oder in der Das war's für heute. So langsam. Also soll ich langsam mehr machen. So langsam. Ja. Oh. Hm. Ja, machen wir das langsam. Ja. 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 Wir müssen halt sowieso unsere Angriffsstärke upgraden. Deswegen würde ich eigentlich sagen, mach mal das jetzt mal öfters, damit wir halt mal stärker werden und sowas. Und dann machen wir im nächsten Part wirklich richtig wieder weiter mit der Story. Ich glaube, so kommen wir sowieso nicht weit, wenn wir eigentlich so schwächer sind. Okay. Ah, da ist er noch. Ah, der Tornado tritt. Oh mein Gott, ja man. Oh, war ich jetzt da verkackt hoch? Aber die Dinger sind tatsächlich viel einfacher auszuführen, als in den anderen Teilen. Also hier ist es halt zweimal X und zweimal Viereck, das kann ich auf jeden Fall viel besser ausführen. Natürlich will ich weitermachen, das ist doch gar keine Frage. Wir werden den Tornado tritt lernen, das ist noch nicht mein absoluter Lieblingsangriff. Oh, meine LP sind nicht gut. Ich bin ein. Ich bin ein. Oh. Gehen Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.